Herzlich Willkommen bei Your Academy. Ich begrüße Sie. Mein Name ist Thomas Weiler. Wir beschäftigen uns heute mit einer klassischen Entscheidung, mit einer Klassiker-Entscheidung. Grundlage für die sogenannte Keck-Formel, also die Keck-Entscheidung. Sie sehen hier die Fundstelle. Es geht eigentlich um Keck und Mitoire, aber Mitoire hat es irgendwie nie in die Formel reingeschafft. Alle reden immer von Keck, obwohl es eigentlich zwei Personen sind. Was machen die nämlich? Eigentlich, das französische Recht verbietet, verbot damals dem Einzelhandel, den Verkauf von Waren unter Einkaufswert. Und nun gibt es zwei elsässische Einzelhändler, nämlich den Herrn Keck und den Herrn Mitoire. Und die verkaufen unter Einkaufspreis Produkte, Güter, die sie im Ausland, auch im europäischen Ausland, entsprechend eingekauft haben. Handeln also diesem Verbot zuwider. Und daraufhin werden sie in Straßburg von der Staatsanwaltschaft angeklagt. Und zur Verteidigung machen sie geltend, dass ein solches allgemeines Verbot, kein Weiterverkauf unter Einkaufspreis, doch eigentlich die Warenverkehrsfreiheit, damals Artikel 30 des Vertrags über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, heute 34 a EUV, verletzt und den Grundsätzen der Freizügigkeit des freien Warenverkehrs des Binnenmarktes entsprechend widerspricht. Und das französische Gericht, das also über diese Strafklage entsprechend zu entscheiden hat, legt das Ganze dem EuGH vor zur Vorabentscheidung, nämlich genau mit dieser Frage, dieses Verbot im französischen Recht, ist das ein Verstoß gegen den freien Binnenmarkt? Und nun natürlich die Frage, wie wird, wie hat der Europäische Gerichtshof entschieden? Spezielle, primär- oder sekundärrechtliche Vorschriften sind nicht einschlägig, nicht zu beachten. Es geht also rein um die Prüfung anhand des Vertrages der Verträge des a EUV. Wir steigen ein, die Regelung, hier also dieses, es ist verboten, Waren unter Einkaufspreis weiter zu verkaufen. Diese Regelung könnte eine Verletzung der Warenverkehrsfreiheit darstellen. Der freie Warenverkehr müsste also anwendbar sein, der Schutzbereich eröffnet. Und dann ist ein Eingriff in die Warenverkehrsfreiheit zu prüfen. Wir prüfen also Artikel 34 a EUV. Die Grundfreiheiten aus dem Binnenmarkt, die wir kennen, der Raum ohne Binnengrenzen mit den verschiedenen Grundfreiheiten, die wir kennen, dem freien Warenverkehr, der freie Kapitalverkehr, der freie Personenverkehr mit der Arbeitnehmer- und der Niederlassungsfreiheit, die Dienstleistungsfreiheit und eben natürlich, wie gesagt, vor allen Dingen für uns jetzt heute interessant, der freie Warenverkehr. Wir müssen also den Schutzbereich prüfen. Da gibt es drei Elemente, drei Teilbereiche, die wir uns angucken müssen. Persönlich, sachlich, räumlich. Persönlich jeder Hersteller, jeder Inhaber einer Ware, unabhängig davon, ob Unionsbürger oder nicht, kann sich auf den freien Warenverkehr berufen. Das ist auch vom Wohnort unabhängig. Das heißt also hier der persönliche Schutzbereich sehr weit. Ich muss halt nur eine Ware herstellen oder eine Ware haben. Sie weiterverkaufen wollen oder ähnliches. Sachlich, klar, es muss um eine Ware gehen. Waren sind körperliche Gegenstände, aber auch Strom, Gas, die legal mit Wert einen Handelswert haben, die legal in den Handel gebracht werden, verkauft werden können. Das kann zum Beispiel auch Abfall sein, Müll, solange er sich im freien Verkehr innerhalb der Gemeinschaft, innerhalb heute würde man sagen, der Union entsprechend befindet und Gegenstand von legalen Handelsgeschäften sein kann. Das ist der Warenbegriff. Und räumlich, wir brauchen ein grenzüberschreitendes Element. Das heißt also, es muss darum gehen, dass die Ware über eine Binnengrenze entsprechend gelangen soll, also vom Mitgliedsland A ins Mitgliedsland B entsprechend verbracht wird oder verbracht werden soll. Was ist damit für unseren Fall? Für unsere KEK-Entscheidung ist die Warenverkehrsfreiheit anwendbar. K und M, unsere beiden Händler aus dem L-Satz, verkaufen Waren aus dem EU-Ausland. Das grenzüberschreitende Element ist also gegeben. Spezielle Regelungen liegen nicht vor. Damit haben wir also eine Anwendbarkeit grundsätzlich der Grundfreiheiten aus dem AEOV. Die Produkte sind legal in die Hand gelangt. Sie sind damit Waren. Damit ist der Schutzbereich in räumlicher und sachlicher Hinsicht gegeben. Wir haben eine Ware. Wir haben einen Grenzübertritt. Persönlich ist das überhaupt gar kein Problem. K und M sind ja sogar und wir uns Bürger gar keine Geschichte. Damit ist die Warenverkehrsfreiheit anwendbar. Ein- und Ausfuhrbeschränkungen in 34, 35 geregelt oder genauer gesagt verboten. Es darf nämlich eben keine Ein- und Ausfuhrbeschränkungen geben. Mengenmäßiger Art, das regelt der 34. Die gibt es aber heute kaum noch. Viel wichtiger, das regeln 34 und 35 auch. Es dürfen auch keine Maßnahmen gleicher Wirkung vorliegen, die also den Binnenmarkt, den freien Warenverkehr behindern. Die Maßnahmen gleicher Wirkung, die erste Formel, die wir jetzt brauchen, das ist die Das-on-Will-Formel. Das kennen Sie. Nach 34 AEOV sind auch alle Maßnahmen gleicher Wirkung verboten. Was ist eine Maßnahme gleicher Wirkung? Das ist in der Das-on-Will-Entscheidung durch den EuGH entschieden. Hier ist, wir haben keine Legaldefinition, aber festgelegt worden, was eine Maßnahme gleicher Wirkung ist. Nämlich, das wissen Sie, ein sehr weiter Begriff. Jede Handelsregelung der Mitgliedstaaten, die geeignet ist, den Handel, den Binnenmarkt innerhalb der Union unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potenziell zu behindern. Wenn Sie sich das nochmal anschauen wollen, von mir, Thomas Weiler, gibt es auch ein Video, in dem Das-on-Will nochmal entsprechend dargelegt wird. Also, unsere erste Formel. Wir müssen definieren, was eine Maßnahme gleicher Wirkung ist. Wir rekurrieren auf die Definition des EuGH, die sehr weitgehende, jede potenzielle, ausreichende Behinderung des freien Handels, des Binnenmarktes. Haben wir also einen Eingriff in die Warenverkehrsfreiheit, nach Das-on-Will, definitiv, wenn wir nach der ersten Variante eine mengenmäßige Beschränkung haben, dann brauchen wir auf Das-on-Will nicht zurückgreifen. Steht schon in 3435-AEV ganz klar drin. Aber, wie gesagt, gibt es kaum noch. Das-on-Will brauchen wir hier. Wir haben es ja hier nicht mit einer mengenmäßigen Beschränkung zu tun, sondern, die dürfen die Ware K&M zwar einkaufen, sie dürfen sie aber nicht unter Einkaufspreis weiterverkaufen. Also hätten es mit einer Maßnahme gleicher Wirkung zu tun, nämlich einer Maßnahme gleicher Wirkung des Dergestalt, in dem Sinne, dass ich eine Ware eben nicht mehr so weiterverkaufen darf, wie ich das gerne möchte, nicht mehr selber den Preis für diese Ware sozusagen festlegen darf. Das ist sehr oft gegeben, so auch hier. Jetzt aber sehen wir, diese Das-on-Will-Formel ist viel zu weit. Die Eingriffe kommen viel zu häufig vor. Diese Definition sorgt dafür, dass es ständig Eingriffe in den freien Warenverkehr gibt, die ja dann rechtfertigungsbedürftig werden. Das hat der EuGH selber auch erkannt und deswegen im Prinzip eingesehen, auch wenn er das natürlich nicht offen zugibt, dass man Das-on-Will einschränken muss. Diese Das-on-Will-Formel wird nun eingeschränkt. Das ist das Urteil, um das es jetzt geht, den Fall, den wir uns jetzt gerade ansehen, durch die Keck-Entscheidung. Da geht der EuGH nun hin und sagt, weil Das-on-Will so weit ist, weil der Begriff so weit gefasst ist, müssen wir das Ganze einschränken durch die Keck-Formel. Wenn nämlich es bloß um eine verkaufsbezogene Maßnahme geht, die nicht diskriminierend ist, wenn es also nicht um das Produkt geht, sondern um den Verkauf, die Art und Weise, wie das Produkt dann vom Verkäufer an den Käufer gelangt, und das Ganze ist nicht diskriminierend, dann haben wir keine Einschränkung der Warenverkehrsfreiheit, dann ist die Warenverkehrsfreiheit insoweit nicht betroffen. Darum geht es in der Keck-Entscheidung. Das ist das, was sozusagen heute für uns wichtig ist. Durch Keck wird das-on-Will also eingeschränkt. Eine verkaufsbezogene Maßnahme, es geht bloßen Verkaufsmodalitäten, das Ganze trifft alle, das Ganze ist nicht irgendwie behindernd, das Ganze ist nicht diskriminierend, dann ist die Warenverkehrsfreiheit weiterhin unangetastet. Und wenn wir uns das hier anschauen, es dürfen alle Waren in Frankreich insoweit, nach diesen Regelungen, nicht unter Einkaufswert weiterverkauft werden. Das Ganze ist nicht diskriminierend, der Marktzugung ist weitergegeben. Nach der Keck-Einschränkung also hätte ich hier keine Probleme, keine Beeinträchtigung der Warenverkehrsfreiheit. Wenn wir diese Keck-Formel, also diese Rechtsprechung anwenden, zum Ergebnis kommen, dann hieße das, wir müssen unterscheiden zwischen produktbezogenen Regelungen und den reinen Verkaufsmodalitäten. Der EuGH sagt nun in Abkehr von der bisherigen Rechtsprechung, dass wir bloße Verkaufsmodalitäten nicht mehr als handelsbehindernd ansehen müssen. Sie sind nicht mehr als handelsbehindernd einzuordnen. Wenn sie für alle im Inland tätigen Wirtschaftsteilnehmer gleichmäßig gelten und wenn der Absatz der inländischen, der ausländischen Waren entsprechend rechtlich tatsächlich in gleicher Weise betroffen ist. Also es wird nicht diskriminiert, der Marktzugang ist weiterhin gegeben und es ist eine bloße Verkaufsmodalität. Für solche Vorschriften ist dann bereits die Anwendung, der Anwendungsbereich der Warenverkehrsfreiheit verschlossen. Handelt es sich um diskriminierende Maßnahmen, die sind ja grundsätzlich verboten, dann haben wir natürlich auf jeden Fall ein Problem. Oder wenn es produktbezogene Regelungen sind, zum Beispiel Vorschriften über die Bezeichnung der Ware, das Gewicht, die Zusammensetzung, die Verpackung, dann haben wir weiterhin eine potenzielle Verletzung der Warenverkehrsfreiheit. Wenn es nicht durch einen Zweck gerechtfertigt werden kann, der im Allgemeininteresse liegt und den Erfordernissen des freien Warenverkehrs vorgeht, heißt also, wenn wir keinen Rechtfertigungsgrund haben. Und demnach wäre hier in dieser Entscheidung zu Keck und Mitoire der freie Warenverkehr nicht beeinträchtigt. Es betrifft alle Produkte, inländische wie ausländische, ist also nicht diskriminierend. Der freie Marktzugang ist weiterhin gegeben und es geht um eine bloße Verkaufsmodalität. Ich darf eben nicht billiger verkaufen, als ich eingekauft habe. Damit kein Problem mit der Warenverkehrsfreiheit, kein Eingriff gegeben, keine Beeinträchtigung, keine Rechtfertigung notwendig. Das Problem ist hier die Unterscheidung zwischen produktbezogenen Merkmalen und Verkaufsmodalitäten. Das ist in der Praxis sehr schwierig, da ist sich auch der EuGH manchmal in der Nomenklatur nicht so ganz einig. Das ist nicht so besonders trennscharf. Weswegen man heute eigentlich hingeht und Keck weiterentwickelt hat zu einer dreistufigen Prüfung. Und es reicht, wenn ein Kriterium erfüllt ist. Verboten ist die Diskriminierung, also ähnlich wie bei Keck. Wir müssen gucken, wird durch die Maßnahme bezweckt oder tatsächlich tritt das Ergebnis ein, dass inländische, ausländische Waren unterschiedlich behandelt werden. Dann habe ich einen Eingriff, dann habe ich eine Beeinträchtigung, die muss ich rechtfertigen. Oder, nach dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung, gibt es Handelshemmnisse für rechtmäßig in Verkehr gebrachte Waren. Auch wenn die unterschiedslos für inländische und ausländische Waren gelten. Der Gedanke also, wenn in einem Mitgliedsland der Handel mit diesem Produkt legal rechtmäßig möglich ist, dann müssen die anderen Mitgliedstaaten das auch anerkennen. Und drittens, wie sieht es mit einer Marktzugangsbeschränkung aus? Wird durch die Maßnahme der Zugang des Produkts der Ware auf den Markt irgendwie erschwert? Ist eine dieser Kriterien erfüllt, eines dieser Kriterien erfüllt, oder natürlich wenn zwei oder drei erfüllt sind, dann erst recht, haben wir weiterhin einen rechtfertigungsbedürftigen Eingriff. Sind die Stufen aber hier in der Prüfung sozusagen alle negativ, dann haben wir keine Beeinträchtigung der Warenverkehrsfreiheit. Ich brauche also keine Rechtfertigung. Soweit zu KEK. Der Grundgedanke, dass man will, ist viel zu weit, muss durch KEK eingeschränkt werden. KEK, die Problematik, produktbezogen, reine Verkaufsmodalitäten, ganz schwer zu sagen. Deswegen die Weiterentwicklung, der Grundgedanke, ich darf nicht diskriminieren. Ich muss gegenseitig anerkennen, wenn der Staat A das zulässt, muss der Staat B das auch entsprechend zulassen. Und ich darf eben nicht den Zugang zum Markt beschränken. Tue ich alles drei nicht, habe ich keine Beschränkung des freien Warenverkehrs, keinen Eingriff in die Warenverkehrsfreiheit, ich muss nicht rechtfertigen. Ansonsten, nach der, wenn Sie so wollen, modifizierten KEK-Formel, dann wären die Rechtfertigungskunden entsprechend zu prüfen, weil er bei einer Beeinträchtigung des freien Warenverkehrs gegeben ist. Soweit von mir, Thomas Weiler zum Klassiker, zur KEK-Entscheidung, zu das von Will, zu anderen Punkten, zu den Rechtfertigungskunden beispielsweise, finden Sie bei uns bei Your Academy auch entsprechende Videos. Viel Erfolg, viel Spaß beim Lernen, beim Vorbereiten auf die Prüfung. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns erhalten, alles Gute.